Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei Crusader Kings 2 bei unserer Reise durch das Mittelalter. Wir haben inzwischen die Umayyaden bereist, wir haben das Emirat von Kabulistan ursprünglich, das ja dann auch aufgestiegen ist, erlebt, inzwischen wieder etwas kleiner geworden. Wir haben das Königreich England mit Mercia begründet und jetzt nach diesen drei Stationen ist unser alter Herrscher Kühnehelm verstorben. Sein Nachfolger hier, König Elfstan, wurde gewählt im neuen Wahl-Nachfolgesystem. Das war super, super spannend und jetzt geht es daran, einen neuen Charakter auszuwählen und ich gebe euch erneut eine Möglichkeit, unter fünf Charakteren den auszuwählen, den ihr am liebsten hier als nächstes sehen wollt, mit dem ich weiterspielen soll. Liebe Leute, ich habe mir nochmal das Regelwerk, die Hausregeln, den Link dazu gebe ich euch natürlich wieder in der Videobeschreibung, nochmal genauestens angeschaut und mir nochmal überlegt, wie ich das ab jetzt handhaben möchte, was die ganze Würfelei angeht. Wir haben ja hier diesen schönen Würfel-Button in der Spielübersicht, wenn wir ein Spiel laden und können uns hier irgendeine zufällige Person, hier unten zum Beispiel in Abyssinien, auswürfeln lassen und dann entscheiden, wollen wir den spielen, wollen wir hier den obersten Lehnzerr spielen, wobei wir dann natürlich die Regel haben, dass der nicht älter als 30 Jahre alt sein darf. Da würde man sagen, der weiß ich nicht, der hier ist dann wieder zu alt, der hier wäre auch zu alt, also müssten wir neu würfeln. So, dann landen wir hier oben, der ist 44, geht auch wieder nicht. Ihr seht schon, da müssen wir entweder den Großhäuptling Clavees nehmen und Lehnzerr können wir auch nicht nehmen. Also es ist immer so ein bisschen so ein Hin- und Herge-Klicke, bis man einen Charakter hat. Damit bin ich ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr so zufrieden und ich würde ganz gerne diese Hausregel abändern und habe mir dementsprechend einfach mal die Freiheit genommen und da müsst ihr jetzt wirklich mal auf mein Urteil auch vertrauen, fünf Charaktere euch zu präsentieren, die ich mir schon vorab ausgesucht habe, die in Frage kämen, um das Let's Play weiterzuführen und aus denen ihr dann entsprechend wählen könnt. Denn mir ist aufgefallen, wir sind eigentlich in einer Zeit, da können wir ohne Auswahlmöglichkeit eines Wikinger-Staates eigentlich nicht hier ins 9. Jahrhundert oder ins 10. Jahrhundert reingehen. Dementsprechend habe ich mir hier gleich zum Beispiel König Eirik von Norek ausgewählt, der auch mit unserer Altersbestimmung genau hinkommt, über ein sehr interessantes norwegisches Reich hier verfügt. Das ist schon mal die erste Auswahlmöglichkeit, weil ich finde, wir sollten einfach ausgewogen auf der Karte verteilt fünf verschiedene Optionen haben zur Wahl. Das ist für euch alle mal spannender, als wenn jetzt der Würfel sagt, naja, du hast ja einen in, was weiß ich hier, was ist das, Drugeth? Ne, Häuptling vom Moldau. Genau, wäre dann hier, der wäre total eingeklemmt mit Drugeth im Übrigen. Das wäre super schwierig, das überhaupt zu spielen. Dann müsste ich aber sagen, ja gut, er ist 24, zack, kommt auf die Liste, ist einer der fünf Charaktere. Dann würfelt er mir den nächsten aus. Ihr seht schon, wohin das führt. Oh, ach, guck mal, Khan, Ilta, Myr, hier direkt am Kartenrand, als Kaganatsuntergebener, ist aber zu alt. Der Herrscher würde wiederum gehen, aber ein Kaganat, das ist auch sehr leicht eigentlich. Könnte man aber machen natürlich. Und so hangelt man sich da durch, aber man hat manchmal dann wirklich in der Nachbarschaft irgendwie mehrere Kandidaten dann ausgewürfelt mit ein bisschen Pech. Und das kann ich beim Würfel halt nicht verhindern. Natürlich kann man sagen, ja, dann ist doch egal, dann passiert das halt. Dann sehen wir halt mal eine Zone vom Spiel, wahrscheinlicher als eine andere. Aber ich finde, es sollte schon ausgewogen sein. Also wenn ich jetzt sage, wir nehmen hier den König von Norik als Option, dann habe ich mir überlegt, wir nehmen den Dispoten Niketas von Trapezund als zweite Option. Wo ist der? Genau, Niketas von Trapezund ist die zweite Option hier. Genau, 30 Jahre alt. Dann haben wir jemanden aus dem Kaiserreich Byzans. Wir haben einen aus der nordischen Region. Da waren wir nämlich an beiden überhaupt noch nicht beteiligt hier, was die Region angeht. Dann habe ich den Karn Kundatz ausgewählt, oder Kundasch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also der hier zum Reich von Chasaria gehört. Da hätten wir also so ein typisches Nomaden-Kaganat. Und dann eben hier Karn Kundasch, weil mir der Maner erstmal ist der viel zu alt. Und B, wäre der mir auch schon fast zu mächtig bei so einem großen Kaganat. Dementsprechend ist Karn Kundatsch hier vielleicht sogar eine schwierige, aber interessante Option. Das wäre also dann, das ist dann also unsere dritte Option, die ich euch zur Vorauswahl gebe. Und als viertes hätten wir Sultan Khairaya hier vom Midun-Sultanat. Das ist auch ganz spannend, denn der liegt hier noch irgendwie mit in der Zone der Umayyaden, die wir ja schon kennen, der Idrisiden und der Muradiden, die ja extrem mächtig sind. Hat aber hier ein spannendes Gebiet an der Südküste des Mittelmeers in Nordafrika. Hier die alten Staaten Algerien, Tunesien, Libyen sind hier eigentlich allesamt eingefasst in sein Reich. Und das ist ein spannender Charakter. Auch er ist 27 Jahre alt, ist Option Nummer 4. Und Option Nummer 5 ist ein Maharaja. Da geht es jetzt also ganz in den Südosten in die Karte rein. Nämlich hier im Staat Vengi Chalukya. Und da haben wir nämlich hier den Herrscher Maharaja Vimladiyah von eben Vengi Chalukya. Das ist ein Königreich, er ist 25 Jahre alt und das ist Option Nummer 5. Ja, und mit diesen 5 Optionen haben wir auf der Karte wirklich völlig verschiedene Hintergründe abgedeckt. Wir haben gerade einen angelsächsisch-europäischen Herrscher, katholischen Herrscher gehabt. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt hier eines der Frankenreiche oder Deutschland nehmen oder auch die Lombardei. Das können wir zu einem späteren Zeitpunkt immer noch hier in den europäischen Raum wieder rein wechseln. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal einmal hier oben den Bereich der Wikinger abgedeckt. Wir haben hier mit Schasaria, dem Khan Kundac hier im Nomadenbereich der russischen Steppe, einen Herrscher hier abgebildet mit Khan Kundac. Wir haben hier bei den Byzantinern eben den Despot Niketas von Trapezund. Entschuldigt, mit dem Namen habe ich es heute irgendwie nicht so. Der also hier an der Küste, glaube ich, ist vom Schwarzen Meer, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Trapezund, auch super spannend. Ja, und dann eben Sultan Keraja von Midun. Und als letztes Maharaja Vimladia, so rum, von Vengi Chalukya. Also das sind die fünf Charaktere. Damit haben wir eine bunte Auswahl, einen bunten Strauß, aus dem ihr wieder auswählen dürft. Dazu gibt es den Link einerseits in der Videobeschreibung, bei dem ihr wählen könnt. Und natürlich auch im ersten Kommentar unter dem Video. Ich hoffe, ihr seid mit der Änderung der Hausregel an dieser Stelle einverstanden. Aber ich finde, es macht noch ein Stück weit mehr Sinn, so hier die Vorauswahl selber zu treffen und nicht auf einen Zufallswürfel angewiesen zu sein, denn der wählt manchmal dann doch nicht so die idealen Sachen aus. Wie gesagt, wenn wir dann irgendwie drei verschiedene Charaktere in einer Region haben und die gehören aber alle zu verschiedenen König- oder Kaiserreichen, dann wird es halt auch sehr eingeschränkt mit der Auswahl. Und das möchte ich einfach vermeiden. Deswegen jetzt hier eine von mir bestimmte Vorauswahl. Ich glaube, da haben wir eine gute Bandbreite abgedeckt. Und ich freue mich schon, dass ihr wieder fleißig in die Tasten haut und wählen geht. Wählen gehen, das ist nicht nur politisch wichtig, sondern auch bei diesem Projekt hier, damit entsprechend hier ein neuer spannender Charakter gefunden wird und ihr euch dann mehrheitlich für einen auch entscheiden könnt. Ja, liebe Leute, das war es von mir. Das ist das Video zur Vorauswahl dieser fünf Charakteroptionen in unserer Reise durch das Mittelalter. Und ich freue mich schon sehr, das neunte Jahrhundert neigt sich bereits langsam dem Ende zu. Und wir schreiten hier voran. Ich werde dann beim Intro natürlich nochmal auf den jeweiligen Charakter eingehen und seine Welt, seine Region, seine Herkunft und vielleicht auch noch ein bisschen auf die Entwicklung in Europa nochmal kurz Bezug nehmen, weil da haben sich ja in den letzten 50, 60 Jahren Dinge getan hier, die ja total ahistorisch sind einerseits, aber andererseits auch total spannend. Also nordische Staaten greifen nach Osteuropa und Nordeuropa aus. Wir haben eine verfrühte Gründung von Deutschland, gleichzeitig aber sehr zersplitterte Verhältnisse im Frankenreich. Einen riesen italienischen, lombardischen Staat, der hier bisher völlig ohne Widerstand sich gründen konnte. Also das wird bestimmt alles noch sehr, sehr spannend werden. Auch hier im Osten mit den, mit den Nomadenstaaten ist bestimmt noch nicht alles passiert, was passieren konnte. Also das wird weiter ebenfalls interessant, wie sich Byzanz verhält und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, auf der Karte ist richtig viel los und wir werden das dann nochmal entsprechend genauer beleuchten. So, jetzt habe ich aber genug gequasselt. Es geht dann jetzt beim nächsten Mal wieder weiter nach einer Woche Pause. Ihr habt eine Woche Zeit zu wählen und dann geht es los mit der Einführungsfolge. Also liebe Leute, macht's gut. Ich bin euer Tassenhauer und sage auf Wiedersehen und ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017